In den sozialen Netzwerken dominiert der Tod der Queen die Tweets und Kommentare heute. Besondere Beachtung erfreut sich das Foto einer Wolkenformation, offenbar aufgenommen in England, in dem viele das Antlitz von Königin Elisabeth sogar mit Hut erkennen wollen. Das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, wie man hier auf unserem kleinen Foto gegenüberstellung sieht. Auf dem Weg in den Himmel lautet einer der Kommentare zu diesem Wolkenbild. Und jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020